Wie reagieren auf die katastrophale Lage in Moria? Was kann Deutschland tun? Darüber möchte ich sprechen mit dem Innenpolitiker Alexander Trom. Er ist Mitglied im Innenausschuss des Bundestages, Berichterstatter für Aufenthaltsrecht, Integration und Rückführung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ihr Parteifreund Armin Laschel, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat gesagt, wir sind bereit, sofort 1.000 Migranten bei uns aufzunehmen aus dem Lager. Wie viele sollte ganz Deutschland aufnehmen? Lassen Sie mich zunächst sagen, dass niemand von den Bildern, die wir da aus Moria sehen, kalt gelassen wird. Das sind wirklich schreckliche Bilder von umherirrenden Menschen ohne Obdach. Insofern ist es in der Tat richtig. Müssen wir helfen, Deutschland und andere Länder. Aber ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, dass wir vor Ort den Menschen helfen, mit entsprechenden Hilfsgütern, mit Unterkunft. Und sie auch teilweise von den Inseln herunterholen. Und insofern bestehen da auch Kontakte zwischen der deutschen Regierung und Griechenland. Und ja... Wie viele Flüchtlinge soll Deutschland aufnehmen? Genau, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Ich höre ganz verschiedene Zahlen. 1.000, dann 2.000 bis hin zu 5.000, die gefordert wird. Und das zeigt auch das Problem auf, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Zahlen einseitig in den Raum zu stellen, sondern eine konzertierte Aktion in Gang zu setzen. Eine Aktion auf europäischer Ebene, bei der möglichst alle oder zumindest viele europäische Länder sich an einer Hilfsaktion für die betroffenen Menschen von Lesbos beteiligen. War der Hinweis auf Europa nicht in der Vergangenheit immer genau der Punkt, dass nichts getan wurde? Also es ist nicht nichts getan worden, aber deutlich zu wenig. Da gebe ich Ihnen recht. Nur es wäre, glaube ich, auch ein fatales Signal, wenn wir jetzt einen deutschen Alleingang machen würden, erneut einen deutschen Alleingang. Wir brauchen jetzt in der konkreten Situation, aber auch langfristig eine europäische Lösung für die Verteilung der in Europa ankommenden Flüchtlinge. Und das gehört auch jetzt in dieser Stunde dazu. Wir haben ja die deutsche Ratspräsidentschaft bis zum Jahresende. Und genau in diese Zeit sollen jetzt die Verhandlungen für ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem fallen. Insofern ist es auch hier wichtig, dass wir unsere europäische Partner mitnehmen. Das C in Ihrer Partei, CDU, das steht für christlich. Das bedeutet Barmherzigkeit. Ist das Schicksal der Gestrandenen in Moria nicht ein Lackmustest dafür, wie barmherzig auch Ihre Partei, die CDU, ist? Genau deshalb sind wir auch an erster Stelle dabei, hier eine Lösung zu finden. Ich habe gesagt, niemand wird von den Bildern kalt gelassen. Und wir haben aber auch in der Vergangenheit schon gerade wir von der CDU, CSU dafür gesorgt, dass wir knapp 900 Menschen mit schwerstkranken Kindern und ihren Familien von Moria abholen, nach Deutschland holen. Diese Aktionen laufen seit mehreren Wochen. Und wir sind damit als Deutschland auch wieder beispielgebend, weil wir mit am meisten humanitäre Hilfe für die Menschen auf den Inseln Griechenland gezeigt haben. Bislang haben Sie sehr auf Europa verwiesen. Die EU und damit auch Deutschland haben die griechische Regierung nicht effektiv dabei unterstützt, Asylanträge zu bearbeiten, dann nach Recht und Gesetz Asyl zu gewähren oder ihm abzuschieben. Inwieweit muss die deutsche Regierung auch in diesem Punkt sagen, ja, wir tragen Verantwortung? Also zunächst mal haben wir in den vergangenen Jahren viel Verantwortung getragen und auch gezeigt, auch in Griechenland mit vielen Hilfsaktionen, auch mit Personal, mit Menschen, deutsche Beamten, die wir den griechischen Behörden an die Seite gestellt haben zur Unterstützung bei der Durchführung des Asylverfahrens. Aber man muss schon auch sagen, es ist eine Aufgabe erstens von Griechenland nach der aktuell geltenden Rechtslage. Und auch hier würde ich mir ein schnelleres, ein durchgreifendes Handeln der Europäischen Kommission wünschen. Dies ist jetzt knapp ein Jahr im Amt und es soll jetzt erst Ende September ein Vorschlag für ein gemeinsames europäisches Asylsystem kommen. Das war uns schon immer zu spät, weil da ist die Hälfte der deutschen Ratspräsidentschaft schon vorbei. Herr Trom, erwische ich Sie jetzt nicht gerade bei der Darstellung des Hinweises auf Europa und ich wasche die Hände in Unschuld. Europa tut nichts, also tun wir auch nichts. Nein, darum geht es gar nicht. Ich habe ja dargestellt, dass wir in der Vergangenheit viel getan haben und dass wir auch bereit sind, in der Zukunft Verantwortung zu übernehmen, auch unseren gerechten Anteil daran zu tragen, auch deutlich mehr, als es vielleicht rein rechnerisch aussehen würde. Aber es kann und darf nicht sein, dass wir nur allein als Deutschland handeln. Wir dürfen nicht nur nach Deutschland schauen, sondern wir müssen schon auch alle anderen in Europa mit in die Verantwortung nehmen, beziehungsweise diese nicht aus der Verantwortung lassen. Sie sprechen viel von Zukunft. Was sollte Deutschland in dieser Woche bis Sonntag erledigt haben? Und Sie würden sagen, das ist eine gute Idee. Also wir sollten als erstes ganz konkrete Hilfe vor Ort auf den griechischen Inseln, also auf Lesbos leisten und alles, was Griechenland anfordert und wir liefern können, sollten wir tun. Und zweitens hoffe ich und erwarte ich, dass wir kurzfristig eine Aktion der Willigen von europäischen Staaten erreichen, die für eine Entlastung auf Lesbos sorgen. Und hier denen, die es am dringendsten notwendig haben, die jetzt kein Obdach haben, auch Hilfe zukommen lassen. Aber bitte, und das ist meine Aussage, nicht ein Alleingang Deutschlands. Das wäre in vielfacher Hinsicht, glaube ich, nicht zielführend, sondern möglichst viele aus Europa, andere europäische Staaten mitzunehmen. Aus Sicht der Migranten, die dort jetzt auf der Straße nachts übernachten, wäre es doch sehr zielführend, wenn Deutschland sagen würde, 1.000, 2.000, 3.000 können jetzt unkompliziert nach Deutschland kommen. Also in diesem Sinne doch zielführend. Und dann frage ich Sie aber zurück, was ist mit den anderen 10.000 Menschen, wenn wir 3.000 nehmen würden, wären es weiterhin noch 13.000 allein auf Lesbos betroffen. Auf allen griechischen Inseln sind momentan etwa 27.000 Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nicht über einzelne Zahlen diskutieren, wie ich habe gerade vorhin dargestellt, dass es da unterschiedliche Zahlen gibt, 1.000, 2.000, 5.000, die hier aufgerufen werden, sondern dass wir eine europäische Lösung hinbekommen und dass es dann am Ende deutlich mehr sind, europaweit, als die Zahlen, die ich gerade genannt habe. Der Migrationsexperte Gerald Knaus, der als Architekt des Flüchtlingsabkommens von EU und Türkei gilt, der hat das Verhalten der Europäischen Union stets gesagt, es steht im Widerspruch zu EU-Recht und zur Flüchtlingskonvention. Können die EU und auch Deutschland sich noch auf europäische Werte berufen, wenn sie gegen Recht verstoßen? Also da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen, auch zu den Aussagen des Herrn Knaus. Wir haben geltendes europäisches Recht, die Dublin-Regel, die sagt, dass dort, wo die Menschen ankommen, das Asylverfahren durchgeführt werden muss. Insofern besteht die Zuständigkeit von Griechenland. Aber ja, ich gebe insofern Recht, als dass die Verfahren in Griechenland zu lange gedauert haben und dass auch über viele Jahre hinweg sich dieses nicht wirklich gebessert hat. Das würde ich aber nicht sagen, dass wir das Asylrecht nicht gewähren. Unser Wertefundament, das sagt ja, derjenige, der tatsächlich Schutz braucht, der bekommt es auch in Deutschland. Das gilt weiterhin. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir die Verfahren in den ankommenden Ländern, aber auch in der Verteilung innerhalb Europas neu, besser und gerechter, effizienter Regeln. Alexander Throm, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.